Haben wir schon wieder eine Grube? Ja, dann haben wir noch ein Messer. Jetzt schauen wir, wie schwer das Arbonne ist. Das heißt, mehr als 100 Kilo so schwerer als ein Seidchen. Über 2 über 60 Kilogramm. Das schwankt ziemlich stark, gerade bei Männchen. Das heißt, sie können täglich auch drum aus. Einige Kilogramm schwanken, die man täglich zu fressen. Wie gesagt, mit der freien Natur ist das ganze Gewichtsunterschiede in einem Unterschied von drei Jahren. Im großen Vergleich haben wir die Pollen, die werden lieber 2,5 Meter groß und damit höher als 18 Männer. Und die Reibchen bleiben auch weiter runter. 1,5 Meter.